Taktiken. Jeder von uns kennt sie und jeder von uns hat sie. Heute möchte ich dich gerne bei diesem Newsletter einladen, hineinzuspüren, nachzuwassern, wie ist deine Taktik in deinem Leben? Ist sie forsch und direkt oder ist sie zaudernd oder zögerlich? Ich lade dich ein, komm auf die Spur, wie deine Taktiken im Leben gestrickt sind. Hallo meine Lieben, ich bin Katharina Linhardt und ich darf euch heute wieder ein paar Impulse zur aktuellen Zeitqualität geben. Wir befinden uns heute am Golfplatz beim Richardhof. Das ist an der Grenze zwischen Mölling und Gumpelskirchen in Niederösterreich. Ja und warum haben wir heute diesen Platz ausgewählt? Ja, der Newsletter hat ja den Titel forsch oder zaudernd. Und wer schon einmal Golf spielen war, der wird das vielleicht kennen, dass man entweder sehr forsch, also sehr direkt diesen Ball anspielt oder vielleicht manchmal zu viel zögert oder zaudert und dann der Platz nicht ins Loch geht. Ja und jetzt geht es aber darum, dass ich dich heute einladen möchte, diesem Thema ein bisschen auf die Spur zu kommen. Hinein zu spüren, wo bist denn du? Sehr forsch oder sehr zaudernd? Wo bist du manchmal zögerlich, zurückhaltend? Und das heißt jetzt nicht, dass das unbedingt schlecht ist. In manchen Situationen ist diese Taktik zaudernd, zögerlich, zurückhaltend, vorsichtig zu sein, weitaus effizienter, als wenn du forsch und direkt bist. Ja und auch heute schauen wir wieder ein paar Karten dazu an. Ich hole die Symbolon-Karten dazu und die Symbolon-Karten habe ich vorher schon gemischt und da ist so ein starker Wind, dass ich sie mir jetzt so heraus tupfe, bevor sie mir da alle davonfliegen. Und dann nehmen wir noch die I Ching-Karten dazu und mein unsichtbarer Geist nimmt das Ställchen. Gut, dann haben wir hier den Schüler und den Lehrer, dann haben wir den Pranger und den Rattenfänger. Dann haben wir das Tor 58 mit der Opposition 52, 28 mit der Opposition 27 und 16 mit der Opposition 9. Ja, also forsch oder zaudernd ist das große Thema dieses Newsletters. Ja und wir haben als erster den Schüler und den Lehrer. Der Schüler und der Lehrer symbolisiert das eigentlich sehr schön, weil wenn wir mit einem Lehrer in Kontakt sind, dann darf dieser durchaus auch ein bisschen fordernd oder forsch sein, um den anderen aus der Reserve zu locken und nicht zu sehr zu warten und zu zögern und zauderlich zu sein. Auf der anderen Seite das ist aber auch der Schüler. Wann bist du als Schüler bereit, forsch und direkt ein Thema nun anzugehen, weil du es gemeistert hast, weil du es verstanden hast, weil du es verinnerlicht hast und weil du es dir zutraust, jetzt forsch und direkt nach außen zu gehen mit dem, was du gelernt hast. Und manchmal erwischen wir uns dann, dass wir vielleicht etwas erfahren, gelernt, verinnerlicht haben und dann trotzdem zaudernd und zögerlich sind. Und das hat aber jetzt vielleicht gar nichts damit zu tun, wie sehr dir der Lehrer das beigebracht hat oder wie sehr du das schon verinnerlicht hast, sondern manchmal hat es auch einfach damit zu tun, dass wir uns gewisse Dinge nicht zutrauen. Und da ist jetzt die Frage, welche Taktik hast du dir im Laufe deines Lebens zugelegt, wenn du unsicher bist, wenn du nicht gerade vor Selbstvertrauen stotzt, wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob das jetzt wirklich gut ist, ob das jetzt klappen kann. Und jeder von uns hat sich da unterschiedliche, zumeist Überlebenstaktiken zurechtgelegt. Und diese Überlebenstrategien, die nehmen wir dann mit. Und dann leben wir sie auch, wenn wir schon größer, wenn wir älter geworden sind, weil sie so übergegangen sind in Fleisch und Blut. Ja, und jetzt geht es aber darum, dass wir diese Not wenden dürfen, indem du dir eine neue Taktik zurechtlegst. Und diese neue Taktik bedeutet zuallererst, sich einmal diese zwei großen Wörter, forsch oder zaudernd herzuholen. Im ersten Augenblick klingen sie doch sehr wie Plus und Minus. Sind sie aber gar nicht. Weil, wie gesagt, bei manchen Situationen ist es sehr wichtig, sehr direkt und sehr klar auf ein Thema oder auf einen Umstand zuzugehen, um eine Lösung zu holen oder auch eine Lösung herbeizuführen. Und bei manch anderen Taktiken oder Thematiken ist es weitaus besser, zaudernd, zögerlich und abwartend zu sein, weil sich manche von diesen Dingen auch von ganz alleine regeln. Heute kommt der Luchs an deine Seite. Der Luchs steht nämlich da versteckt dahinter und der sagt dir, welches Geheimnis möchte in dir entlarvt werden, damit du ganz klar und sicher deins nach außen bringen kannst. Nämlich, weil du dir gewahr wirst, wo darf ich nach vorne schreiten, weil ich sicher, stabil in meinem Selbstvertrauen stehe und wo darf ich mir selber den Raum geben. Und dann heißt es gleich nicht mehr zaudernd oder zögerlich, sondern ich benötige Raum und ich benötige den Raum für mich, damit ich mich sicherer fühle. Ja und ganz oft ist es so, dass wenn wir jetzt vielleicht zu forsch, zu direkt nach außen gehen oder auch wenn wir zu zögerlich sind oder zaudern sind, dass die anderen uns an den Drang erstellen und sagen, na eh klar, du bist ja diejenige, die dieses oder jenes macht oder der dieses oder jenes sagt. Und jetzt ist die Frage, wie sehr lässt du dich auf diesen Drang erstellen? Wie sehr lässt du dich anklagen von außen? Wie sehr lässt du dich bewerten, ob du da jetzt wirklich so direkt warst, wie die anderen gesagt haben oder ob du wirklich so abwartend warst, wie die anderen es wahrgenommen haben? Und hier ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Der Punkt heißt nämlich, was macht es mit dir? Und warum oder weshalb hast du das eine oder das andere gemacht? Und jeder von uns hat Beweggründe, warum wir dieses oder jenes so und nicht anders machen. Und wenn wir uns dessen einmal gewahr werden, dass du alles für dich in deinem eigenen Tempo, in deinem eigenen Sein machst und auch weißt im Inneren, dass das eine gewisse Taktik ist, weil es dort oder dorthin führt. Wie kann es dann jemand im Außen beurteilen? Im Endeffekt gar nicht. Wir, die im Außen sind, beurteilen ja das, was wir beim Anderen sehen, immer nur aus unserem Blickfeld heraus, aus unserer Perspektive. Das, was wir annehmen, als so gehört sich das und so ist es. Und alle anderen machen das ja nun letztendlich auch. Ja, und jetzt geht es aber darum, dass wir hier dich einladen wollen, dass es darum geht, dich nicht an den Pranger stellen zu lassen, sondern einmal ganz bewusst hinzuhorchen und zu sagen, was vertrittst du, wie vertrittst du es, stehst du dafür wirklich gerade und hast du dafür auch die Ressourcen dafür, um jegliche Form von Not jetzt zu wenden. Und damit wir eine Not wenden können, benötigt es oft eine Standarte im Inneren. Das heißt, ich möchte dich heute gerne einladen, deinen Krieger, deine Kriegerin in dir hervorzuholen und die Kriegerin oder der Krieger steht dann dort und sagt, so, wir gehen jetzt nach vorne, weil das ist jetzt unser Weg, das ist jetzt das Ziel. Dort wollen wir hin und mit dieser Taktik kommen wir voran. Und manchmal stellt sich die Kriegerin aber vor dich und haltet quasi den Speer in der Schräge und sagt, stopp, das ist nicht gut, warte ein bisschen, zögere ruhig noch. Es ist nicht gut, wenn du jetzt nach vorne gehst. Und das, was wir hier brauchen, ist unsere Intuition. Also wie sehr horchst du auf deine Intuition, wenn diese kleine innere Stimme sagt, stopp, lauf nicht nach vorne, das ist jetzt einfach nicht passend. Manchmal passiert es, dass wir dann wie beim Rattenfänger von Hammeln, die Hammeln quasi sind, also die Lemminge dahinter sind und dann nachlaufen. Und der Rattenfänger geht vorne weg und sagt, das ist jetzt die Taktik. Genauso machen wir das. Und du läufst einfach nach. Du hast es nicht hinterfragt. Und irgendwann einmal kommst du dann drauf, dass diese Art von Taktik, diese Art von Forschheit oder Direktheit oder diese Art von vielleicht auch zögerlich, zaudernd, abwartend dir überhaupt nicht entspricht und du trotzdem dabei geblieben bist. Und das ist jetzt keine Anklage an dich und du darfst dich da auch selber bitte nicht dafür verurteilen, sondern es ist schlicht und ergreifend nur eine Erfahrung, die du gemacht hast. Wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass du etwas oder jemandem gefolgt bist, ohne nachzuspüren, nachzuwassern oder auch deinem Bauchgefühl und deiner Intuition zu vertrauen, ob das jetzt wirklich richtig ist, dann ist jetzt der Moment gekommen für eine Kurskorrektur. Und diese Kurskorrektur darf vor allem dorthin gehen, dass du sagst, was macht mir Spaß? Was füllt mich? Was erfüllt mich? Was füllt mich mit Lebensfreude auf? Und wo darf ich voller Esprit nach draußen gehen? Weil ich sage, so ist es richtig. Das ist für mich genau das, wie ich es jetzt machen möchte. Und ich stehe dazu. Und dieses Ich stehe dazu ist genau das, was es dann ausmacht, wie du im Leben stehst, mit welcher Taktik du nach außen gehst. Also ist die Einladung heute an dich, sei volle Lebensfreude in dir verankert und geh mit dem Ich bin nach außen, was du auch wirklich bist. Weil dann verkörperst du Ruhe und Sicherheit auch für andere. Und dann ist es im Endeffekt ganz gleich, ob du forsch oder zaudernd bist. Es wird dir zugeschrieben. Und es wird dir insofern zugeschrieben, dass gesagt wird, sie oder er hat jetzt genau diese Taktik gewählt, weil das ist das Passende dafür. Und dann wirst du auch nicht mehr in den Pranger gestellt. Das heißt, auch hier noch einmal mit dem Tor 28 kommt der Krieger, die Kriegerin an deine Seite und sagt, ja, lohnt es sich dafür, so zu kämpfen? Lohnt es sich dafür, so direkt nach vorne zu gehen und den anderen zu konfrontieren mit X oder Y? Oder lohnt es sich jetzt zögerlich, zaudernd, zurückhaltend zu sein, weil das die bessere Taktik ist? Das heißt, ich möchte dich gerne einladen, fürsorglich mit dir selber zu sein. Sei fürsorglich mit dir, dass es dir erlaubt, immer wieder auch das Licht, so wie jetzt das Licht doch gerade weggegangen ist und jetzt wieder scheint, dass das Licht auf dich scheinen. Sei liebevoll zu dir selber. Achte dich, sei fürsorglich mit dem, wer und was du bist und was du jetzt gerade brauchst, weil es dir und deinem ureigenen Wesen entspricht. Und dann kommt es zu 16. Und die 16 ist das Tor der Identifikation. Du kannst nur hinter einer Sache stehen, egal ob es jetzt forsch, direkt, zögernd oder zauderlich ist, wenn du sagst, ja, damit identifiziere ich mich. Und ich mache es genau so, weil es für mich so am allerbesten ist. Und in dem Augenblick, wo du das machst, lernst du dich zu fokussieren. Und wenn du diesen Fokus haltest, dann kommst du genau dorthin, wo du sein möchtest. Und du fährst die Taktik, die du haben möchtest. Und nicht die, die die anderen von dir erwarten oder gar fordern. Lass dich daher nicht einschüchtern von dem, was irgendwer da draußen von dir möchte. Lebe dein Ich Bin. Lebe die Taktik deines Wesens, das ganz tief aus deinem Herzen kommt. Denn das, was aus deinem Herzen kommt, kann nie falsch sein. Und wisse, ich sehe dich für das Wesen, das du bist.